Die meisten Fotos, die wir tagtäglich in den sozialen Netzwerken sehen, kommen von Smartphones. Immer wieder jedoch wird das volle Potenzial der mittlerweile schon weit ausgereiften Smartphone-Kameras noch nicht richtig ausgeschöpft. Ich präsentiere euch 5 Tricks für bessere Smartphone-Fotos. Nummer 1. Fokussiere manuell. Zwar ist eigentlich jede Handy-Kamera mit einem Autofokus ausgestattet, wirklich gut ist diese aber in den seltensten Fällen. Um sich darauf verlassen zu können, dass alles scharf ist, was scharf sein sollte, empfehle ich manuell zu fokussieren. Oft wird dadurch auch der Hintergrund noch ein Stück unschärfer, was einen sehr schönen Effekt haben kann. Zum Setzen des Fokuspunktes tippe einfach auf die Stelle an dem Bildschirm, die scharf gestellt werden soll. Bitte deaktiviere den Blitz. Diesen Tipp Nummer 2 verbinde ich oft mit dem Satz, ein Blitz blitzt die Stimmung weg. Gemeint ist in diesem Fall die Lichtstimmung. Wenn ihr zum Beispiel einen vollbeleuchteten Weihnachtsbaum fotografieren wollt, wirkt ein Blitz wie ein Baustrahler, welcher die kleinen gelben Lichter verschwinden und das Bild platt aussehen lässt. Tipp Nummer 3. Verändere deine Perspektive. Das kann bedeuten, sich einmal auf den Boden zu begeben oder auf ein Dach zu klettern, aber eben einfach nicht immer aus Augenhöhe Motive zu fotografieren. Sinn macht auch mit dem goldenen Schnitt, also dem 1 Drittel, 2 Drittel Verhältnis zu arbeiten, bei der das Motiv nicht mittig, sondern etwa von einem Drittel des Bildrandes entfernt platziert wird. Super sind dabei auch die meist eingeblendeten Raster. Tipp Nummer 4. Verwende Kamera-Apps. Diese bieten oft weitaus mehr Konfigurationsmöglichkeiten als die integrierte Anwendung und du kannst dich oft auch an Langzeitbelichtungen oder ähnlichem versuchen. Und last but not least, halte dein Smartphone still. Sehr still, wenn du ein Foto machst, um es nicht zu verwackeln. Hier eignen sich kleine Stative, welche ich dir auch in dem letzten Beitrag zum Thema bessere Smartphone-Videos empfehlen konnte. Das Video ist jetzt in der Infocard und in der Beschreibung verlinkt. Du findest dort ebenfalls die Tutorial Center Website mit weiteren spannenden Tutorials. Ich wünsche nun viel Spaß beim Fotografieren mit deinem Smartphone. Tschüss und bis dahin.